so dann können wir loslegen erstmal schwingen auch noch eine verzögerung für eine halbe stunde weil ich einen schluck auf hatte ich hoffe der kommt nicht wieder aber gut wir sind ja hier und ich habe auch schon einiges gemacht wir haben bloß die letzte quest zur verfügung jeweils weil das auch die schwersten sind die anderen sind alle irrelevant habe ich auch schon mal vor dem kumpel auch schon gemacht daher habe ich ein bisschen vorwissen ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt so hierfür female only dürfte relativ einfach sein wenn man denn freunde hat die passende charaktere haben naja stimmt ja ich hatte ja verdienst wieder natürlich hatte ich verdienst wieder das werde ich hier nicht brauchen so schwer sind die drei oder vier so und sobald wir die ich glaube es sind sie jetzt noch mal nachgekotzt sobald wir die acht quests durch haben werde ich noch mal fünf tickets haben wir uns machen weil ich habe doch welche also tippen die welche uns nicht in dem event waren sondern da stehen noch mal ein die musik müsste eigentlich leise gebucht sein sage ich mal ich hoffe es mal also normal sollte ich doch noch mal ein stück weiter runter ja das sollte gehen nicht erst habe ich das gefühl ich habe einen frosch im hals durch die scheiße und die ersten quest sind doch wirklich relativ einfach die letzte da habe ich jetzt nachher vielleicht ein bisschen im ersten quest haben wir halt bloß saber und einen rider in der zweiten haben wir dann erst mal ein paar caster dann ein ruler zudem einen rider zudem ein archer und ich darf keine weibliche charaktere mitnehmen sondern bloß ein ende her danach haben wir erstens mehr stehlinger danach haben wir art und ein weiter geht auch wenn man dann haben wir lancer ein weiter und ein cluster bedingt naja ihr werdet das alles sehen das ist alles nicht so gut alles alles ist jetzt nicht so schwer aber auch nicht so einfach je weiter man kommt desto schwerer wird es logischerweise also ich habe schon schlimmer erlebt ja wo alle gestand das ist natürlich nice ich habe natürlich überhaupt keine aoe weshalb nämlich also ich habe schon eine aoe und zwar die von altria aber ich glaube nicht erst die einsetzen wird ja ja apropos always einsetzen oder eben nicht einsetzen hm 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 Ich glaube ich habe so ein knistig in der Stimme gerade. Ach was denn? Hm, so Perrus ist gleich hinüber. Dann will ich das mal bei ihm hier machen. Ulti, der hier und dann der Tier. So. Wenn die Ulti nicht reicht, also sie noch passen nicht reicht, dann warte ich die einfachen beiden mit der Angehung hinterher. Und da hoffe ich, dass der erste schon reicht. Der reicht und da müsste der jetzt technisch gesehen aufreichen, weil es ein Crit ist. Ja. So, habe ich mein Kinderballkram. Ich brauche mir noch was für mein Drachen reinigen. Gott, ich hoffe das ist nicht zu laut. Ich habe die Packung ein bisschen angekippt. Und schon wieder der erste Kampf durch. Das werden jetzt sowieso um vier Folgen werden. Vielleicht sogar sechs. Äh, fünf. Oder sechs. Je nachdem wie die letzteren Angriffe wird dauern. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof wenn man keinen ordentlichen Avenger auf meiner Freundesliste hat. Also keinen wendlichen Wendel. An sich ist das schon gar nicht mal verkehrt, aber... Ich brauche die halt auf meiner Freundesliste und nicht einfach hier komplett wenden. Ah, der schreibt auch keine Kommentare mehr. Schade, schade. Jedenfalls sehe ich keiner. Gut, dann wollen wir mal den Level 100. Ach, scheiße. Äh, den Level 100 da. Und... Okay, ich brauche... Jemandliche Charaktere in erster Linie. Ne, der ist... Nicht den hier. Ja, für die Backrow. Ne, ich habe mir da drauf scheißen, bis ich da reinbrückele. Charaktere, die einsatzweise noch gelevelt sind, aber das ist auch nicht. Das war's auch. Oh ja, hier kann ich den Arm machen. Wobei, wer weiß, wer hätte ich mit dem Lippe aufheben sollen. Das sehen wir dann noch. So, ob ich jetzt hier die letzten Szenen durfte. Bad Apple ist tatsächlich weg. Äh, ja. Wie der Lippe. Sag ich mal. Finde ich nicht geil. Aber war auch irgendwie nur klar, weil das war tatsächlich kein Mimix. Oh, Stephanie. Soll vorkommen. Sollte nicht vorkommen, weil soll vorkommen. Wieso gehört. Ja. Ja, gut. Wie Superstar. Sie war." Gerade. Jetzt hört sichacional f自然 Budath aus. Schau. Das hab ich mich wohl wirklich gut aufgerufen. Okay, die werden jetzt nicht alle da rauf gehen, definitiv nicht Ja, was die haben wir gemacht Ich meine, ich hätte mir die mit dem passenden Craftinger sein, die ich fast gar noch schwerer machen können Aber wieso? Ja, wie man schlecht merkt, ich bin jetzt nicht so der gespräßigste gerade Ich frage mich nicht, wieso? Ein Gesprächspartner ist sowas einfacher Wir brauchen gerade auch ewig Aber da haben wir die Bosse Ja, 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 ja So, klare MVP, würde ich wahrscheinlich Edmond sein Ich will erstmal Wach hin, wach hin, wach hin Wach hin, wach hin, wach hin Und hier habe ich mir auf Und ich dachte, ich kriege Probleme Sobald ich von von dantes 3 cards 3 cards wenn ich mit ihm komplett auf habe ich da drauf springen Ich bin ein ganzes Busser. Ich bin ein ganzes Busser. Ich bin ein ganzes Busser. Ich bin ein ganzes Busserlehrer. Irgendwie traut er sich gerade nicht raus. Sein war. Macht ja nichts. Kann ich trotzdem den hier machen. Ok Scheiße Ah geil Weißt du, ob mir gerade auffällt Ich habe letztens mit dem Pumpe den Wegraut aufgenommen und mein Mikro war immer noch verzögert Als wir jetzt nicht den Spaß angeguckt haben, was ein Mikro war verzögert das tut mir jetzt voll schorri Oh, das wird so bitter Das ist ein Spaß noch nicht mehr hochgeladen aber ich kann das jetzt auch nicht ausbessern dass bei mir alles natürlich in einer Audiospur reingekugelt wird Natürlich Weil alles andere wäre ja auch intelligent Ich habe das auch nicht aus dem Park oder aber auch nicht zu viel Ich habe das auch nicht aus dem Park Ich habe das auch nicht aus dem Park Ich habe das auch nicht aus der Be interactiven So, ein Opfer haben wir schonmal, und... ...diesen packen 13 HP. Diesen packen 1813 HP. Naja, egal. Tod ist Tod. Nicht mal jetzt trotzdem 3 Karten von Rappen hier reinzuschmeißen. Ah, ist doch bitter. Das ist ein sehr schönes Ding. Dann haben wir hier jetzt die knappen 15 Minuten voll. Das ist überecht halt. Ja, wir presten einfach mal. Und ich sag an der Stelle, hauen sie rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.